Moinsen, Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Workers and Resources Sowjet Republic. Ja, gleich vorweg, ich bin ein Esel. Ich habe gestern eine Aufnahme gemacht und ja, ich habe mein Headset nicht gecheckt und ich habe noch so geprahlt über den Mute-Button und ja, um es kurz zu machen, der war die ganze Zeit gedrückt und immer wenn ich mal gehustet habe, dann war er nicht gedrückt und das kann ich euch natürlich nicht antun. Das Video habe ich eben gelöscht. Das ging heute Morgen online und ich habe es dann schnell auf Privat gestellt. Also das wollte ich nicht teilen. Ich bitte um Verzeihung, aber dann lasst mich dahingehend einleiten. Die Aufnahme hatte gestartet am 22. Februar und jetzt wird ein Nachteil zum Vorteil, da die Sachen eh recht langwierig sind, ist auch nicht viel geschehen. Also so viel zum Trost. Ja, hier seht ihr, das ist das erste Gebäude fertig geworden. Jetzt ja, Krebs hat mich aufgepasst. Ich merke gerade das Headset, na egal. Lasst mir kurz erklären, was ich gemacht habe. Ich habe hier die Tankstelle. Ja, Tankstelle, Winterdienst und hier habe ich noch ein Vertriebsbüro. Ja, Vertriebsbüro, der soll dann Sprit holen, weil das ist cleverer, das dann von hier zu holen, weil der Sprit wird eh zu sein importiert. Aber ich habe hier noch was gebaut. Moment, beziehungsweise angefangen. Hier seht ihr die Planung. Ja, und das, was ich jetzt unterirdisch zeige, das frisst mir gerade den ganzen Kies weg. Ja, ich habe eine dicke Abwasserleitung zu meinem Clever hingelegt. Das hat noch Kapazitäten. Und ich habe das hier so ein bisschen schnörkelig gemacht, weil das vorher rausgeguckt hat. Das macht das jetzt nicht. Ja, es geht eine ganze Ecke hier lang. Guckt auch nirgends voraus. Das sind drei Abschnitte und der hier hat schon den ganzen Keys. Na nu. Ah ja. Ah ja. Und dann habe ich, als ich in der Aufnahme in der letzten habe ich gemerkt, dass die Fahrzeuge, die mir da Probleme gemacht haben, die sind schon wieder laut. Da muss ich dann mal nachchecken. Ich habe denen doch die Waffdatei getauft, diese hier. Und ja, gucke ich dann nochmal nach. Ja, das ist eigentlich alles, was geschieht. Dann habe ich nochmal geschaut hier mit meiner Getreideproduktion. Die hauen jetzt Flüssigdünger darauf, genau. Ach ja, genau. Und dann hatte ich noch hier weitere Müllhalden angelegt. Die eine ist schon fertig. Nur für Biomüll. Die andere ist noch nicht fertig gebaut hier. Und da sollen dann weitere Biomüllanlagen hin. Dann habe ich hier noch ein Vertriebsbüro mit drei Slots. Und da sollen dann... Ja, ich habe Dünger national. Und dann sollen dann die drei entweder ein Stück Export... Ne, kostet das Geld Export? Ja, Dünger war glaube ich auch für Kohle. Kostet fast 11.000 die Tonne. Muss man bezahlen für den Export. Aber Biomüll kostet fast 18.000 die Tonne. Gut, das ist dann besser. Ja, das ist das, was ich gemacht habe so weit. Hier hören wir ihn auch gerade wieder. Hier. Kann sein, dass das Fahrzeug ein Update bekommen hat. Also aus irgendeinem Grunde ist da der alte Somp wieder da. Gut, die sollen sich ja eh da hinten herumtreiben. Die sind ja alle nur hier hinten. Ja. Dann fiel mir noch was auf. Und zwar, wenn ich einen Abriss machen möchte. Wenn ich ein... Wenn ich das Abrissbüro hier anwähle, dann muss ich ja hier dieses hier anwählen. Und das kann ich dann auch nur bis zu einem gewissen Radius. Ich hatte hier, als ich das gebaut hatte in der Folge. Da wollte ich hier... Na, wo habe ich es jetzt? Ah ja, hier. Da hatte ich das Gebäude erst schief. Da habe ich es nochmal abgerissen, um das gerade ranzusetzen. Und da wollte ich ein Stück von der Straße wegnehmen. Und das konnte ich dann so nicht abreißen mit diesem Abrissbüro, weil das irgendwie aus dem Bereich raus ist. Und dann, ja, da habe ich die Hälfte von der Straße mit Mogeln weggenommen. Aber das ist... Gefällt mir nicht. Also das hätte ich gerne über die gesamte Karte. Und das ist ein bisschen doof. Dann wird hier auch noch ein Abrissbüro entstehen müssen. Aber ich will mir den Platz hier nicht so zuballern, weil ich noch nicht weiß, wo ich hinbauen werde. Wenn das Gebäude fertig ist, dann kann ich dann hier schon mal mich um diese Lücke dann kümmern hier, dass hier dann was reinkommt, was ich da vorhatte. Aber primär sind für mich erst mal die Straßen gerade, dass die fertig werden hier. Und ja, jetzt, wie gesagt, habe ich ja die Last hier mit dem Kies. Ja, über 11.000 Tonnen waren das dann eingangs. Und zum Glück sind die beiden anderen Elemente schon fertig, sodass die Bagger zumindest frei sind. Und ja, der Kiesmangel, der momentane, der führt auch dazu, dass ich, ja, hier seht ihr auch, da ist nichts mehr drin. Ach, hier ist was drin. Das ist schon mal gut. Ja, Beton. Das ist jetzt der Mangel. Und dann hatte ich mich noch um die Ampel hier gekümmert. Da hatte ich vorher 12, da bin ich jetzt ab 15 gegangen. Und hier habe ich ein Fahrzeug, das hier hinfährt. Den habe ich im zweiten verpasst. Ach ja, genau, ein Gefangenebus. Da habe ich im zweiten reingesetzt. Das ist auch neu. Und ich habe auch die Linie hier überhaupt das reingeholt. Der hat hier vorher nicht gehalten. Und dann, ja, why not. Mit dem anderen, da fällt dann noch so ein Pkw. Und also Leute sind genug da. Da gibt es gar keine Frage. Kiesproduktion, das läuft. Das fühlt sich jetzt hier wieder. Wie gesagt, dieser Mangel ist temporär. Also da kann ich mit üben. Ja, mein... Also so wie ich da hinten den Anschluss habe, hier hinten, dann gehen die in den Schrott. Da hole ich mir andere. Können ruhig auch Westfahrzeuge sein, aber die R600 dann nicht mehr. Ähm, ja, mein Felling, also dieses, äh, mein Holzfäller, äh, der funktioniert zwar einwandfrei, nur das Gebäude, dieses Blockhaus, das ist nicht mehr da. Also da ist irgendwie eine Macke. Kriegt der nicht auch Sprit hier? Ja, alle unterwegs hier. Wahrscheinlich jetzt wegen dem Dünger gerade überfordert. Naja, da machen wir erstmal nix. Die Trecker sind da. Also ich hab, ja, ich hab den Sound von dem Trecker da drin. Hm. Dann singen die so ein bisschen laut. Dann ist das, ja, dann ist das ja alles in Ordnung. Hm. Wieso hast du hier eigentlich... haben sie wohl den Rest rausgeholt. Ähm, dann wollte ich nochmal gucken, das hatte ich, äh... und zwar... Letzt... Letztes Jahr... Produktion... Ja, da schauen wir gleich nach. Und zwar Industrie... Ich hab im letzten Jahr über 7.000 an Pflanzen verbraucht. So, und dann wollte ich immer wissen, wie viel hab ich denn produziert. Und jetzt musste ich hier auf insgesamt, da musste ich raufklicken. Und das, und das hatte ich immer übersehen. So, und produziert hab ich 6.000. diesen Umstand. Diesen Umstand hier, dass man hier auf insgesamt klicken muss. Das hatte ich immer übersehen. Weil hier unten, hier kann man überhaupt nix anklicken. Also hier in diesem Kästchen. Hier kann man zum Beispiel Abriss... Ja, hier kann man klicken. Aber hier unten nicht. Das ist so ein bisschen... irreführend. Dass man manche Sachen anklicken kann und manche nicht. Also das ist für mich ähm... ähm... etwas... irreführend. Es sei denn, ich übersehe da etwas. Und ich hätte das hier nie erkannt, dass man hier auch anklicken kann. und dann eben die Produktion halt sehen kann. In Produktion sieht man insofern, dass es... dass hier die Pflanzen halt eben zeitlich befristet eben zum... im letzten Drittel des Jahres dann eben stattfinden und auch nur in diesem Zeitfenster. Da kann man genau sehen, das ist die Ernte, die fast drei Monate dauert. Und ähm... ja... Gut. Äh... dann wollen wir mal schauen, was haben wir denn hier fertig? Ah ja, das Gate hier. Dieses... Tor. Was steht denn hier noch rum? Was heißt das? Achso. Ach, der wird wieder abgeholt hier. Genau. Ja, da wollte ich doch mal schauen, dass ich hier dieses ähm... Wohngebäude hier rein bekomme. Das sechsstöckige hatte ich mir da. Das hatte ich mir da angeschaut. Upsa. Ja, da will ich mal schauen, ob ich hier das hier irgendwie gut reingejubelt kriege. Irgendwie stimmig. Mit dem Schornstand da in die Mitte. So. Und dann hätte ich da gerne auch noch den Weg durch. Weil ich will ja dann hier auch noch irgendwie... Was rumfuddeln, rumbasteln und dann... Schauen wir mal. Hm... das mach ich aber auch gleich mit Lampen. Ich muss mal kurz Pause machen. Moment mal. Hier muss ich mal eben... Fummeln. Das wäre da wohl gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Das wäre da wohl gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Das kann hier ran. Ich glaub, ihr kennt meine Macke mit diesem Wegeanschießen und tralala. Ähm... Ich bin mal so fertig. Das kann hier dann so bleiben. Da will ich noch schauen, ob ich hier eventuell was... Ein Poster, irgendwas ran machen kann. Ich mag diese Kahlenwände nicht. Die mag es zwar so in real life geben, aber mir gefällt das nicht unbedingt. Aber das sehe ich mal zu, ob ich da irgendwas hinbekomme. Da lassen wir mal alle mitmachen. Obwohl... Ne, sollen sie selber machen. Ja, die Nacht kommt. Dann gehen wir mal auf die Flotte. So, jetzt ist einmal mehr warten angesagt. Aufgrund der Keys-Situation. Ich hatte, glaub ich, erwähnt in einer der vorigen Folgen, dass... Dass ich mir umsonst Sorgen gemacht habe, was meinen favorisierten Bauzug angeht. Den werde ich hier kaufen können. Der passt hier rein. Also das ist kein Problem. Das heißt, so wie er dort fertig ist, den wir eben gesehen haben. So wie er dort hinten dran ist, dann gehen die sofort in den Ruhestand hier. Oder woanders hin. Ich weiß noch nicht wo. Und dann kommen gleich die Dicken. Ich will nochmal eben meine Mute-Taste ausprobieren. Ich check das überhaupt mal kurz, sonst habe ich wieder das gleiche Dilemma. Moment mal kurz. Dann muss ich mal hier rauf gehen. So, jetzt gehen wir mal einmal auf Mute. So, wenn das jetzt alles gut ging. Ich sehe hier den Ausschlag. Das müsste jetzt alles laufen wie sonst auch. Also nach 100 Folgen sollte das alles okay sein. Die Tankstelle ist fertig und es hat keinen Strom. Ach ja genau, Strom, das war auch noch so ein Ding. Da wollte ich mir dann sowieso, wie sagt man, Redundancy. Da gehe ich nochmal auf Pause. Strom muss ich mich sowieso drum kümmern. Ich habe ja hier, kommt der Strom vom Kraftwerk von drüben. Und da geht er hier durch und geht hier ab in den Export. Und bevorzugt von dem Müllkraftwerk. Und dann kann ich ja von hier noch rangehen. Da habe ich noch Ausgänge. Ja genau. Ich will mir auch die Landschaft nicht so versiffen. Wie machen wir es am dümmsten? Denn ich würde sagen, hier hinten setze ich mir was hin. Um mir dann Strom herzuholen. Was machen wir da? Was machen wir da? Was machen wir da? Was machen wir da? Hm. Ja hier soll auch Bauindustrie so ein bisschen hin. Ich muss den so ein bisschen hier hinten hinsetzen. Ja ich nicht Hippien. Ich weiß nichts. Ja, gehen wir ran, halt so. Hm. Hier kommt das Soldergeiz. Ähm, wird eh dauern. Wie viel wollen wir jetzt hier abzwacken an Strom? Hier kommen 18 MB an. Und wie viel? Ich bin doch blöd. Hier kommen 18 MB an und hier gehen dann im besten Fall auch die 18 MB raus. Das ist ja nur für den Export. Kann ich noch irgendwo? Ja, hier kann ich auch noch. Stimmt, hier kommen ja auch 18 MB an. Und das Wasserkraftwerk. Ja, das hat schon genug Leistung. Den gehe ich hier mit ran. Aber was ich hier abzwacke, verkaufe ich nicht mehr. Das muss mir dann natürlich klar sein. Alles, was hier reinkommt, geht in den Export. Und was ich hier abzwacke für den Eigenverbrauch, wird nicht mehr exportiert. Aber, das würde ich sagen, nehmen wir in den Kauf. Wollen wir 13? Ich nehme mal 13 MB weg und dann schauen wir weiter. Ich habe übrigens festgestellt, wenn ich jetzt hier eine Leitung hinziehe. Manchmal zieht man sich so eine Leitung durch den Wald. Und dann kann man da keine Bäume mehr drunter pflanzen. Und wenn man das dann, wenn man einen Spielstand später erlädt, das müsste dann jetzt gehen. Das zeige ich doch gleich mal. Ja, hier seht ihr. Jetzt kann ich hier Bäume drunter pflanzen. Das ging sonst nicht. Na gut, warum muss man das mal nicht übertreiben? Ja, 13, ist das eine gute Wahl oder nicht? Erstmal muss das ein bisschen weiter weg hier. Das sieht ein bisschen näher aus. So, wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Gnadenlos rüberziehen. Wie sieht das halt aus? Kann man, glaube ich, so machen. Ich mag das aber nicht so gerne. Das sieht so fast verschandelt aus. Ach, er will hier eh nicht. Ja, gut, dann müssen wir erstmal hier vorbei. Dann wollen wir ihn erstmal, pass auf, dann stellen wir ihn jetzt da oben hin. Pass mal auf, Hase. Wie sieht das denn aus, wenn wir dich da ganz oben hinstellen? Nur mal zum Gucken. Doch, ist okay, wa? Hängt nicht so weit runter, sieht nicht so ganz so überkantilend aus. Lassen wir so. Okay. Dann jetzt quer rüber. Wo ist er? Hier. Ich bin sicher, ich ärgere mich nachher wieder, weil ich 13 nehme. Ja, und... Noch. Hm. Ne, ich bleib ja trotzdem. Egal jetzt. Machen wir dich einmal so ran und dann wollen wir diesen Doppelten mal wieder wegnehmen hier, weil doppelt, doppelt machen wir nicht, weil es sieht mehr aus. Kann man den so nehmen, kann man den so lassen? Ja, hängt nicht so weit runter. Was mir dann nicht gefällt, ist, wenn das dann immer so ein bisschen, ja, ich muss den mal vermitteln etwas. Ich muss den mal vermitteln etwas, das sieht sonst, weil da ist der Abstand so lang und da so kurz. Ich muss das dann einmal vermitteln. Ja, ja, ja. So ist das doch etwas besser. Etwas vermittelt ist er einigermaßen gerade. Ja, ja, ja. Okay. Dann können wir wieder auf Start gehen. Und die Wege hier weg. So, es wird wieder teuer. Geben wir es an. Zack. Ja, Kies und Beton, das ist alles, was ich jetzt gerade nicht habe. Gut, nützt ja nix. Nützt ja nix. Wir können doch mal wieder nach Loyalität gucken. Ich bin entzückt. Ja, du bist gleich dran. Ach, hier, genau. Das hatte ich ganz vergessen. Ja, was wollen wir hier rein machen? Biomüll. Und zwar, ich hatte mich doch gewundert, wie der Biomüll da reinkommt. Ja, der läuft voll hier. Äh, äh. Äh. Ach, hier kann ich gar nicht. So, jetzt kommt wieder meine Dings zum Einsatz hier. Der ist voll hier. Und ich hatte geschaut, nach diesen hier zu bauen. Und zwar... Der Fünfer passt sich hier nicht rein. Aber der wird passen. Das heißt, dann reißen wir den jetzt mal ab. Pass mal auf. Jetzt kommt auch mal mein... So. Ich mach zwar hier ein bisschen Dreck, aber das ist jetzt egal. So, und dann hatte ich noch... Ah ja, genau. Ich hatte hier nämlich... noch den Kram rausgeholt. Da hatte ich mir ein, äh... Müllauto gekauft. Ja, hier. Schaut mal. Der hat 11 Tonnen und der fährt 90 Sachen. Nicht schlecht. 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 Was, das war schon? Das ging ja schnell. Jedenfalls war hier der Bio-Müll volllieb. Aufgrund dessen, wenn er voll ist, dann sammelt sich der Bio-Müll in diesen anderen hier an. Ja, und dann landet er dann über kurz oder lang hier. Und ich hätte mich gewundert, warum ich hier Bio-Müll hatte. So, das war das eine. Und dann hatte ich ja noch... Hier, die hier. Den Sondermüll, der kam da auch immer an. Dann ist der irgendwo vollgelaufen und dann... Ja, und dann kam das dann halt da rein. So viel dazu. Ja, jetzt warte ich, bis der Zippel hier weg ist. Und dann mache ich diesen Fimber da rein, den ich letztes Mal bauen wollte. Stimmt, für dieses kurze Stück, da kann ich keinen Bagger nehmen. Deswegen habe ich da den Lötchen hier. Und dann mache ich den Lötchen hier. Habe ich jetzt eben aus Versehen auf die Disse geklickt. So, wo bringt der denn jetzt hin? Habe ich doch darauf geklickt eben. Zum Bauschutt, jawohl. Zum Bauschutt, jawohl. Gut, dann wollen wir das mal hier reinsetzen. Jetzt sag bloß, er passt nicht. Jetzt braten wir doch in einen Storch. Jetzt würde ich gerne wissen, wenn ich den Weg wegnehme und den hier hinsetze, ob ich da immer noch durchkomme. Ich würde sagen, das finden wir raus. Und jetzt... Ungerde eigentlich. Wir machen das jetzt. Und das behalte ich auch im Auge. Jetzt will ich wissen, was hier los ist. Weil der Weg hier durch, der muss auf jeden Fall bleiben. Das ist... Da gibt's kein Vertun. Er muss aber ein paar Mal lang hier, ne? Habt ihr gesehen? Ja. 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 Vielen Dank. Alles klar. Dann können wir die jetzt mal eben wegmachen. So, jetzt wird es spannend. Ja, das geht schon mal. Das ist in Ordnung. Das gefällt mir. Jawohl, ich bin guter Dinge. Das gefällt mir. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ihr wisst, ich bin so ein kleiner Romantiker. Ach, das freut mich. Dann dürft ihr alle ran hier. Hier darf alles ran. Hier darf alles ran. Und hier sogar die aus Trajori. Ihr dürft auch mit ran. Herrlich. So, was haben wir hier? So, dann haben wir das auch. Dann sind wir hier doch schon mal bald durch. Wollen wir mal nach dem Poster gucken? Monument. Kann hier irgendwas hin, was ich... Der Parkplatz muss ja auch frei bleiben. Ne, das ist alles nicht das. Das ist so klein. Irgendwas, um diese keile Wand hier zu kaschieren. Da muss ich doch mal gucken. Dieses Hufeisen habe ich auch gerne gebaut. Das habe ich hier auch irgendwo. So. Das muss dann aber was ohne Weg sein. Oder ich ziehe das hier rüber. Ja, okay. Würde auch noch gehen. Das habe ich gerne genommen. Das habe ich dann irgendwo reingedrückt. So ein bisschen. In so ein Haus. Aber jetzt steht es ja hier mitten auf dem Haus. Deswegen geht es nicht. Wenn das dann so im Gebäude drin steht, hat es mir ganz gut gefallen. Ja gut, jetzt ist das hier nicht so rein, aber... Nee, 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 nee. Spielplatz auf dem Parkplatz. Nee, nee, das geht auch nicht. Von der Größe her wäre das hier schön. Das würde mir gefallen. Ja. Ja. Oh, eine gute Idee. Aber gut, da überlege ich mir noch was. Da muss ich noch mal was machen. Straßencafé, ja. Aber zu flach. Ich will diese kahle Wand da so ein bisschen kaschieren. Oh, guck. Ja, ein Tick zu breit. Ja, ja, ja. Das wäre was, das ist so engere Wahl. Doch, das wird es, glaube ich, sein. Schaut mal. Dann mache ich da so ein paar Fenster rein. Doch, das gefällt mir besser. Das mache ich aber erst, wenn der Weg hier fertig ist. Ach, einer von den Mülleimern ist fertig wieder. Bitte nur Biomüll. Da muss ich auf Pause machen. Sonst kriegen Sie mir da was anderes hin. Ja, die Fisch-Situation, die hat sich hier auch erledigt. Ich habe auch noch hier einmal gemogelt. Das wollte ich noch was erzählen. Ich habe hier dieses Gebäude hier. Ähm, ja, das ließ ich nicht warten. Und die Wartung habe ich dann mit Beschiss gemacht. Das kann auch der Auslöser für meinen kurzfristigen Fleischmangel gewesen sein. Wir gehen mal einmal auf die Schnelle. Die Ernte dürfte bald losgehen. Das kann auch der Auslöser für meinen kurzfristigen Fleischmangel. Das kann auch der Auslöser für mich machen. Ach, schaut mal. Wir haben keine Pflanzen mehr. Hier fehlt was, genau. Und hier wird weniger. Ja, aha. So, ihr macht nur Pflanzensachen hier. Ihr seid acht Fahrzeuge. Ihr macht nur Pflanzensachen. Sowieso, sowieso. Aber das gefällt mir nicht. Ihr sollt nur das verhökern. Dann kriegt ihr noch mehr LKW. Passt auf. Ihr kriegt noch ein paar mehr. Mit dem mittleren Zollhaus sollt ihr Pflanzen einkaufen. Und dann kriegt ihr... Genau, ich habe nämlich 1.000 Tonnen Differenz. 1.000 Tonnen Differenz. Und dann könnt ihr noch hier mit hinfahren. Und mir das Ding... Wie viel geht da rein? 800. Das wären 80, das wären 10%. Kann ich noch weniger? Nee. Aber 80 ist okay, würde ich sagen. Kann ich das noch... Ja. Dann machen wir mal 5%. Nee, geht gar nicht. Okay. Na gut, dann schmeißt da 80 rein. Und dann kriegt ihr noch... Wie ist das denn mit dem Ding hier? Hier... Hier ist nämlich auch leer. Dann macht ihr mir da auch... Ja, da kann ich jetzt auch nur 10%. Oder soll ich... ja... hm... Ich kann dann gleich da reinpflanzen. Das sind 7,2. Alles klar. Dann macht ihr das und dann kriegt ihr noch ein paar Autos. Dann wollen wir euch voll machen hier. Und zwar... 5... Geflossene. Habe ich hier noch was an Geflossenen? Hier ist... Der hier ist für Notfälle. Der soll nur... Nur... Nur Kipper. Das bleibt auch so. Ich brauche noch 6 Geflossene. Habe ich hier noch was rumstehen? Ja, natürlich nicht. War logisch. Das, 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 das... Gut, da gibt's neue. Ähm... Sechs Stück. Neues Fahrzeug. Workshop. Abgedeckte. Ihr sollt schnell sein. Naja... Andere Farbe hätte ich schon gerne, aber... Der Kapastrell ist schon gut hier. Sechzehn. Fünf, sechs. Eins, zwo... Eins, zwo... Eins, zwo... Eins, zwo... So, fertig. Dann sollen die nämlich diese 1000 Tonnen kompensieren. Das heißt, wenn hier zu wenig drin ist, dann schmeißt er da was rein, was er dann kauft. Jetzt muss er natürlich aufpassen. Grade and Export. Das war der hier, genau. Jetzt darf der nicht unter 10 gehen, sonst kaufe ich das hier und verhögere das wieder. Gut, dass ich hier nachgucke. Ah ja, hier macht er eh nur voll. Bis 70. Pass mal auf, das ist der Exporteur. Wo belädst du im Werkstattlager? Ja, das kannst du weitermachen. Alles klar. So, Loyalität hatten wir vorhin geguckt. Freunde der Sonne, guckt hier, wir sind hier wieder bei dem alten Wert 50 und 60. Das ist alles in Ordnung. Dann habe ich noch die, genau, die Impfung war fertig. Dann habe ich noch einmal hier das hier angestrengt. Ja, sollen sie machen. Die nächste Uni hier hinten wird auch dann eine medizinische sein. Und ich glaube, das Dings hier ist, das Nursery ist, glaube ich, ein Kindergarten. Sag du doch mal Bescheid hier. Ja. Ja. Alles, was ich tue, habe ich jetzt wieder mit besten Mitteln am Vorwärtskommen gehindert, indem ich das dicke Ding da jetzt hinbaue. Und wir bauen munter weiter. Mit Materialien, die wir nicht haben. Ja, der Bagger, der wird sich jetzt hier noch durchklamüsern müssen. Hier, das nützt alles nichts. Ach ja, und hier auch noch ganz vergessen. Und hier, das nützt alles nichts. Ich habe übrigens einen Tatra. noch im Einsatz. Den hatte ich ganz vergessen. Der ist hier für die... Der fährt hier auf Linie. Der holt mir Kohle, weil ich hier, weil ich hier auch Kohle brauche. Komm, fahren wir mal mit. Endlich ist die Brücke auch fertig da. Das war doch Tiet. Und hier, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hier, das war's. Das war's. Wo treibt sich denn der andere rum? Ach, da kommt er gerade. Mit Gleiselementen, sehr schön. Das freut mich. Das freut mich. Das freut mich. Das freut mich. Ja, Freunde der Sonne, wieder ein Brückenelement fertig. Gott, bin ich froh, wenn der andere Bauzug da ist. Obwohl der ja schon gewinnt ist hier. Na, jetzt hat er gerade wenig. Er hat es aber fertig gekriegt. Jetzt fehlt ihm noch eine Viertelstunde. Eine Tonne Kies. Tja, Krebsi, da hast du gepennt. Na gut, aber die anderen Sachen müssen auch gebraucht werden. Gibt's ja gar nichts. Was macht er hier? Schauern? Auch bei der. Die Sachen gehen ja voran. Nur halt nicht so schön geordnet, wie bei anderen Leuten. Die Leutchen, die gehen mir auch mal ein bisschen wenig gerade. Schaut mal. Ach, wegen dem Müll wahrscheinlich. Wegen meiner Müllgeschichte hier. Schaut mal. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Die sind bestimmt wieder Agge fressen hier gleich. Nichts zu essen oder wie oder was? Alles da. Wir haben auch wieder Pflanzen am Start. Wahrscheinlich hier Importware. Warum haben wir wieder so einen Drop hier in der Bevölkerung? Nicht, dass hier wieder ein Dilemma auf uns wartet. Was ist kein Bruchstein? Wie können wir das denn angehen? Wie viele fahren denn da überhaupt? Fünf. Haben wir noch einen Sechsten? Ich würde sagen, das machen wir mal. Noch einen Sechsten. Wo ist er? Kipper hier unten. Du kannst 48. Dann nehmen wir mal Gesamtkapazität. Ich Augenblick mal. So, da ist er wieder. Boom. Das ist er doch hier. Genau. Genau. Oh, ja. Der Getreideimport haben wir so einen kleinen Stau bereitet. Ich soll mich nicht mehr hören. Ich soll mich nicht mehr hören. Tja, wie das mein Style so ist, ist wieder abwarten angesagt. Ich fürchte, es ist wieder eine recht lange Folge diesmal, aber gut. So, dreimal Walzen sind durch. So, vier, mach mich nicht schwach hier. So, dreimal Walzen. So, dreimal Walzen sind durch. So, dreimal Walzen. Was habe ich denn da eben für einen Drop gesehen, wenn ich da verguckt? Ich habe doch hier meine Bevölkerung, so, jetzt gehen wir mal, ja da hatte ich nicht so einen Drop, das ist jetzt, hier ist das, das war im letzten Jahr, alles okay, ich dachte ich hätte jetzt kürzlich, vom letzten Winter ist der Drop, alles klar. Aber nichtsdestotrotz, ich will schon wieder etwas höher kommen, deswegen bin ich auch gerade hier mit der, ähm, statistisch hier, mit dem, na hier der Vermehrungsmodus hier, oder den, Erhöhung der Geburtenreise, ich will immer was anderes sagen. Wo ist der Dreckomat, hier? Sehr schön. Auch gut. In meinem privaten Spiel habe ich mir, ähm, so ein paar Windräder, äh, hingebaut, aber die hätten hier gut hingepasst, aber jetzt ist es hier, ist es mit Kabeln zu hier. Ähm, ähm, ja, mit, äh, mit, äh, Prioritätsschalter wieder und, äh, das hat das Kraftwerk gut entlastet, weil das war in meinem, äh, in meinem privaten Spiel, wie gesagt, ähm, ist das ziemlich nah an meiner Stadt und das führt zu Verschmutzung und da habe ich Probleme. So, hier geht wieder was. Ja, hallo. Ja, hat sich was, 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 hallo. Oder Frum Oxford. Ja, hinein. Zum Warten verdonnert. Hier fahren Leute hin, kein Kies. Hängt alles am Kies, gut. Hier können die Leute hin, wir wären nämlich schon durch hier. Fahrt mal hier hin. Die zwei werden das hier nicht fertig kriegen. Wartet mal, da fahren wir mal mit. Ja, hier sieht man so meine Bausünden, aber hier gibt es keine Bausünden. Hier gibt es, wie gesagt, Happy Incidents. Wie gesagt, weil die Folgen hier von der Menge her etwas weniger sind. Wenn ich dann die Folgen nicht wieder lösche. Dann finde ich es okay, wenn die ruhig ein bisschen länger sind. Das denke ich mal. Also für mich persönlich, für mich fühlt sich das gut an. Auch bei anderen Leuten, wenn ich das so etwas anschaue. Deswegen denke ich mir, dass es okay ist. Aber wenn es zu lange ist, gerne in die Kommentare. Ich höre da gerne auf euch. Und wenn ihr sagt, nee, mach nicht so lange. Dann sehe ich zu, dass ich das eine Stunde nicht überschreite. . Ich hatte gedacht, dass diese einspurigen Straßen bis 130 gehen. Gut, nachts wird eh langsamer gefahren. Ja, naja. Ja, naja. Naja. Ich überlege gerade, ob ich für den Moment Kieße portieren sollte. Aber ich glaube, überlege ich mir noch. Aber ein neuer Tag bricht an in Valoka. Und diese Straße wird dann sicherlich in Kürze fertig werden. Ja, dann geht es hier weiter. Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie lange die Folge jetzt ist, aber bestimmt eineinhalb Stunden. Ich würde sagen, hier machen wir Schluss für heute. Und dann geht es hier in Kürze weiter mit Planungsarbeiten, mit Anschlüssen, mit Giesmangel und so weiter, mit allem, was dazugehört. Ja, ich bedanke mich für das Zusehen. 25. Juli, wie üblich. Habe ich letzte Folge auch so gemacht. Speichere ich ab. Wir haben Simon W. Diese vier hier übrigens, das ist ein Spielstand von jemand anders. Das schaue ich mir gleich an. Der hat ein Problem. Das will ich auch hochladen. Das mache ich dann aber auf Englisch. Jetzt wollen wir mal Simon X suchen. Jawohl. Simon X. Diesmal mit Audio. Bleibt mir gesonnen. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss.